Servus Leute, ich lade euch heute ein bei mir auf meinem Platz, bei mir daheim, mit der Holzfeuerküche und mit ein paar meiner Feuerstellen zu sehen, wie ich das so mache. Heute mache ich das alles ganz alleine, darf ich euch vorstellen, eine meiner liebsten Feuerstellen habe ich im Vorjahr entwickelt. Übrigens, heute in der Früh, weil mir die Sonne so schön ins Gesicht scheint, hat es minus 10 Grad gehabt, ich bin um halb sechs aufgestanden, damit ich das alles herrichte draußen für unseren Dreh und da drinnen habe ich auch die Holzfeuerküche eingeheizt, das ist sonst mein Catering-Anhänger, wo ich meine Holzfeuerküchen und Beistellküchen und das ganze Grammure transportiere. ich bin da in der glücklichen Lage, an so einem herrlichen Platz leben zu können. schauen wir mal, ob es noch einmal aushalt. Es hat eigentlich Trinkwasserqualität, das Bacherl da kommt von der Großolm raus, das liegt zwischen Attersee und Traunsee und das gehört ja zu den essentiellen Dingen, die wir brauchen. Gute Luft zum Atmen, gescheites Wasser zum Trinken und beim Feuer glaubt man vielleicht, das braucht man nicht unbedingt, nur das Feuer braucht man genauso, die Elemente bedingen einander. Feuer, Wasser, Luft, Erde, das klingt so kitschig, aber es zieht sich durch alle Lebensbereiche. auch jede Knospen, die jetzt schon auf die Barmen und auf die Sträucher ist, eine Knospe, ein Samen, kann man dem Element vorher zuordnen. So, ich habe mir da jetzt ein bisschen am Brottag schon vorbereitet, den werde ich dann in der Holzfeuerküche im Backrohr backen. Zuerst werden wir da ein bisschen eine Brotflade, einen Laib formen. Ah, der ist schön warm. Der muss natürlich dann aufs Bockblech, das habe ich mir schon vorbereitet, ich habe da immer so meine eigenen Mischungen, da habe ich schon ein bisschen Olivenmüll draufgegeben, weil ich tue es dann einmal wenden. Da stöße ich jetzt einmal noch warm, im Dreiviertelstand. Ja. Da ist ja gut temperiert, obwohl wir hier draußen fast noch einen Minus haben. ist da hinten schön warm, sodass der Brottag gehen wird. Ja. Das ist alles schon wunderbar temperiert. Schauen wir da. Da brennt es gerade gut, da hat es mir gemütlich Wetter. Ja, dann schauen wir zur nächsten Feuerstelle. Jetzt möchte ich euch meinen persönlichen Feuerplatz vorstellen. Der ist eingebettet in einen Gewächsdom, so nennen es, weil dieses Gerüst eine Domform hat und man sieht schon ein bisschen, die Rosen treiben schon wunderbar aus. Das sind Kletterrosen. Also in einem Monat wird es da überall schön blähren in verschiedene Farben. Weiß, rosa, rot, lila. Weinstöcke habe ich auch rundherum anpflanzt. Das dauert dann noch ein bisschen, bis da rundherum ein Blätterdach den Gewächsdom bedeckt. Da vorne ist ein Clematis. Auch die wächst bis auf und hängt dann in der Mitte rein. Das sind so schöne, leise, lila Blüten. Das Gestein da, das ist alles Lavagestein. Das habe ich ausgestochen, die Wiesen, einen halben Meter tief ausgeschottet und dann mit Lavastein gefüllt und arrangiert, weil das einfach wunderbar zum Feuer passt. Das hat die Stufen des Feuers schon durchlaufen. Das ist unverwüstlich. Ja, willkommen an meiner Feuerstelle. Die kennt ihr ja vielleicht schon. Das ist die Regen- und Schneeabdeckung. Edelstahldecke. Damit schütze ich die Feuerstelle. Diese Feuerstelle ist aus Stahl, Stahl geölt, fingerdick kann man sagen. Natürlich kann da leicht ein bisschen Flugrost entstehen, aber das kann ich tausendmal bürsten. Das wird uns überleben. Und auch da werden wir dann einhorzen, ein Feuerchen machen und eine Kleinigkeit zubereiten. Wenn wir da ein kleines Freudenfeuer machen, ist ein schönes Platz drinnen. Und ich habe mir da von unserem Waldbestand ein bisschen Angelegungsdruck aus Warholz hergekriegt. Ein paar Ästeln. Die werden dann schnell gerochen. Es gibt heute eine praktische Anzahl. Da holt es wohl in Wachs getränkt. Das stinkt nicht. Das scheint zum Angreifen. Das kennt ihr wahrscheinlich. Wir haben keine Äle heute. Überhaupt nicht. Nichts drängt uns. Also machen wir es einmal ganz gemütlich. Ein Feuerchen. Hat auch einen schönen Sound, habt ihr gehört? So. Jetzt werden wir zu unserem Brotwerk schauen. Und dann die Holzfeuerküche ins Backrohr einschießen. Da sagen wir einmal, das ist so eine Art Chiapattafladen. Die ist jetzt gegangen. Wie ihr seht. Ich tue es noch einmal bis. Ich möchte es noch einmal mit Olivenöl bestreichen. Dann müssen wir es ein wenig einschneiden, weil das schaut nachher schön aus. Wenn es bockt. Wenn es gebacken ist. Dann habe ich da auch noch einen Rosmarin. Der ist tatsächlich von uns. Weil der wächst ja schon. Wir haben ja so warme Wochen gehabt. So. Und jetzt. Ab in das Backrohr. Schieben wir es einmal oben auf. Weil eingeheizt und vorgeheizt ist ja schon. Dann schauen wir einmal nach. So liebe Leute. Da bin ich wieder. Ich habe da drei Wildschweinbratwürste. Die sind von meinen Nachbarn. Das ist ein Jager. Und ich habe die schon in heißem Wasser ziehen gelassen. Die sind also innen schon heiß und durch. Aber für den Geschmack. Aber für den Geschmack werden wir es jetzt ein bisschen noch am Spieß auf tun. Also das sind Wildschwein Käsegräiner Bratwürste. Die musst du einmal kriegen überhaupt. Aber es ist schön. Dass es Leute gibt. Die so etwas machen. In kleinen Mengen. Und dass man es dann auch bekommt. Das ist einfach nur eine Sache der gegenseitigen Wertschätzung. So. Das lassen wir da jetzt ein bisschen ziehen. Ich trage halt für ihm und für sie. Ich trage mit. Und dazwischen würde ich sagen. Schauen wir einmal kurz ins Backrohr rein. Wie es in Brot geht. Dass es mir nicht anbrennt. In ein paar Minuten sind wir wieder da. Na dann schauen wir nach. Mhm. Gut. Na ja. Schau. Das ist jetzt 10 Minuten drinnen. Viertelstand. Da kriegt ihr ein bisschen braune Saiten. Das ist halt so. In einem Herd. Mit Herdfeuer. Mit Backrohr. Dass man die Gaudi einmal umtragen muss. Dass man die Gaudi einmal umtragen muss. Da schaut man halt öfter. Ja. Sehr gut. Schauen wir einmal da die Blume rein. Wie ihr seht, sind da so schöne runde Öffnungen. Da macht man vielleicht noch ein bisschen Kaiserschmarrn oder sowas in die kleinen Eisenpfandeln heute. Aber jetzt freue ich mich dann einmal auf ein Jausen mit meinem Filmemacher. So. Ich mache dann auch ein bisschen am besten Zweifel dazu. Was gut ist. Dann werden wir uns ein Bier von hier genehmigen. eins für ihr, eins für sie. eins für sie. Muss ich für mich noch eins holen. Und da haben wir Mango Habanerosauce, Whisky Habanerosauce und Ananas Pfirsich Habanerosauce. Na Halleluja. Na Halleluja. Na ja, ich denke, wir sind soweit. Dann schauen wir uns hier einmal eine an, da. Lieber Gast. Wie schaut es aus. Das ist natürlich jetzt nichts für Vegetarier und Veganer. Aber auch da werde ich heute noch ein bisschen was zeigen. So. Hm, nein, jetzt muss ich aber. Ich wünsche euch und mir und uns allen einen guten Appetit und lasst es euch gut gehen. Genießt diese stille Zeit. Lasst es euch nicht wahnsinnig machen. Das führt auch zu nix an. So da, Freunde. Uhu. Jetzt haben wir ein wenig langgerutscht. Aber. Ein bisschen eine kleine Schlagseite hat es gekriegt. So da. Heute kommt man oft zu Momenten, wo an die Worte fehlen. Es braucht auch nicht immer Worte, weil es uns zu wesentlichen Punkten führt, dass man halt einmal innehalten muss. Vielleicht einfach tief atmet und sich bewusst wird, was denn das ist, da am Leben zu sein. Zu atmen und noch gesund zu sein, wenn man es ist. Ich freue mich auf eine neue, schöne und eine bessere Zukunft. Naja. So am Feuerei machen wir auch was heute. Ich tue wieder den Regendeckel weg. Regenschneeabdeckung. Die Kochrosette. Und heute mache ich was mit dem Grillkohle-Einsatz, weil ich kann das Feuer ein betreiben mit Stückholz oder mit Grillkohle. Wenn ich dann diese Grillwanne da raushebe, das ist massiv. Dann kann ich da drinnen einfach mit Holzscheiteln heizen. Also gezähmtes Lagerfeuer zum Kochen, zum Feuerschauen, zum Rundumsitzen oder Stehen. Die ganze Gaudi kann ich auch in Sitzhöhe haben, zum Rundumsitzen. Aber wie gesagt, heute machen wir das mit Grillkohle. Dazu hänge da meine Grillkohlenwanne ein. Die ist scheinbelüftet, da durch den Spalt kommt rundum Sauerstoffverbrennungsluft ein, über die Öffnungen und über die Löcher ist dann die Grillkohle allseitig gut mit Sauerstoff versorgt. Teilen wir jetzt ein bisserl. So, jetzt spült man sie halt da ein bisserl. Und dann tut die Kohle mit Gefühl ein bisserl luftig schlichten. So. So. Und dann. Und dann. Jetzt wird es ein Beutschen abreinern und dann kann ich es verteilen. So. Okay. Wir sehen uns wieder in 10 Minuten. Ja. Da habe ich ein bisserl Wurzelgemüse und Verschiedenes. Das tue ich mir jetzt ein bisserl herrichten. Zwölfeln, Stangensellerie und so. Da mache ich ein bisserl Wok-Gemüse. Da kommt zuerst Ingwer und Knoblauch rein. Aber das werden wir dann alles erleben. Grillkohle habe ich schon verteilt. Es sind jetzt ungefähr vorher vom Einheizen ein Viertelstund. Länger ist das nicht. Und so wie eine Sauhitzen. Da haben wir so eine Kochrosette da drauf und dann machen wir im Wok das bisserl Gemüse. Jawoll. Ich nehme nur einen Hauch habanero, selber gemacht. Selbst gemacht von Freunden. Ein bisserl Stungersalz. Zum Anfang. Und der Pfeffer eine Spur. Ja, jetzt wird es dann warm. Womit fangen wir an? Einmal. Zwiebel. Jungzwiebel. Roter Zwiebel. Ja, wenn ihr das jetzt rüchen könntet. Es rücht schon gut. Das Gemüse soll ja schnell und knackig gehen. Ein paar Paprika und da haben wir auch Fenchel geschnitten. Ein paar Zucchini haben wir noch geschnitten. Jetzt reicht einmal fürs Erste. So. Jetzt probieren wir das Brot. Kriege ich da jetzt was? Ja, mein Liebste. Mit der brauche ich keinen Abstand halten. Ich bin seine Liebste. Ja. Wir dürfen uns auch küssen. Ja, bitte. Danke. Schauen wir einmal. Ist das schön. Nehmen wir jetzt ein bisschen Wackgemüse dazu. Mhm. Gut. Wie immer. Gut war's? Mhm. Sehr gut. Sehr gut. Gibt es sonst noch was? Ja. Bist du ja vegetarisch? Ja. Ja. Sehr gut. Ich hab eh schon gehalte Finger. Bitte sehr. Dankeschön. Du verwöhnst uns aber heute wieder. Herrlich. Jetzt war zu Finish noch. Vielen, vielen Dank, dass der Kameramann auch noch was kriegt. Danke. Salzen musst du selber noch, wenn du magst. Okay. Bon Appetit. Danke. Jetzt machen wir da ein bisschen ein Schmoren oder sowas ähnliches. Ich hab jetzt überall ein Stückchen Butter reingeben. Ein ordentliches Stück Butter. Einfach, weil's gut schmeckt. Und da hab ich mir schon ein bisschen am festen Palacenken-Tag oder Kaiserschmoren-Tag gemacht. So. Jetzt sind wir ein bisschen dicker. Und die tun wir jetzt langsam backen. Gebraucht ein bisschen, weil das hab ich ja fast fingertick reingeossen den Tag. So meine lieben Küschlein. Jetzt dreimal ich schon. Jawohl. Sehr schön. Zweimal. Also, ich soll mal probieren, ob wir den schupfen können. Na ja. So, ich hab mir's schon rausgeholt aus den Pfandeln. Die sind schon fertig. Dann haben wir noch einen Zwetschgenreister dazu. So, brauchen wir nicht mehr nur einen Kaffee dazu. Schau mal wo er ist und sie ist und ich. dann werden wir das genießen. Einfach, aber gut. Ich hab's mit Denkel mal gemacht. Ich hab heute vier Eier auf einen halben Liter Milch genommen. Ganz schön viel. Und reichlich Butter, wie ihr gesehen habt. Aber es schmeckt vorzüglich. Ja, liebe Leute, es hat mich gefreut, dass heute mit dabei warst und meinen feuerlichen Geschichten da mitgefolgt seid. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen was gefallen an meinen Feuerstellen und an der Kulinarik. Das würde mich natürlich freuen, wenn ihr euch zahlreich meldet. Auch in dieser Zeit des Umbruchs kann man Kontakt zueinander halten. Telefonisch, per E-Mail. Schaut auf meine Webseiten. Und ich freu mich drauf, wenn ich mit den ein oder anderen von euch, zum Beispiel hier, zusammensitzen kann. Alles Gute. See you.